Ha ha, uah. Wenn man ganz durstig ist, dann macht man das. Hier, 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 hier. Wo, 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 wo? Hier, 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 hier. Warte, 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 warte. Oh, oh nein, ich hab's hier nicht voll. Lass mir vielleicht auch noch einen Schluck drin. Ja. Ach nee, warte. Ich bin jetzt nicht verdurst in diesem Moment. Ich hab, nee, ich hab noch eine ganze Flasche. Vergiss es, trinkst leer. Oh. Oh, das war echt cool jetzt. Was? Das war richtig Glück. Ich hab mein Tape weggeworfen dafür. Oh, super. Geil, wo ist das her? Ja. Hast du noch eine Flasche? Was? Echt? Cool. Ja. Hinten in der Ecke standen die zwei Dinger. Hammer. Großartig. Das kam ja mal wie gerufen. Ei, ei, ei. Das hätte ja ganz böse ins Auge gehen können. Ja, Cheatcode deaktivieren jetzt wieder. Ah ja, du, ach, oh, ein Fernseher. Komm mal, hier können wir es sonst gemütlich machen. Wir haben Wasser, wir haben Wolfschnitzel. Ups. Wolfschnitzel. Ah nee, Wolfschnitzel sind alle. Wir haben auch noch einen Donut. Was ist das? Sibirische Art. Sibirischer Donut. Ein Sibirischer Donut, genau. Der ist, äh... Nein, ich meinte Schnitzel. 20 Jahre alt. Achso. Die kann man schon doch als Waffe benutzen. Wie Zwergenbrot. So, jetzt können wir doch mal das Rätsel um das Auto lüften, oder? Was meinst du? Theoretisch, ja. Das müsste man doch hier einfach nur herschieben und auftanken. Hm. Kannst du den Benzinkanister vielleicht hier irgendwie mit was benutzen? Äh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Modus kombiniert wählen sie das Thema. Modus kombinieren? Ja, wenn du doppelt auf dein Inventory klickst, dann steht da Modus bla 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 bla. Äh, wo bist du hin? Äh, hier hinten. Wollen wir mal versuchen zu kraften? Kräften? Ja, ja, das können wir machen. Hier steht ne Leiter irgendwie. Mit vereinten kraften. Ja. Hier steht ne Leiter rum. Das ist ja witzig. Die wurde bestimmt auch gecraftet. Ja. Soll ich doch mal, ich mach doch mal Holz hier. Also, ähm. Ja, mach mal Holz. Mach nicht Holz, sondern, weißt schon. Ein Schlag und der Baum fällt um. Beeindruckst mich. Du musst das Key konzentrieren. Und dann auf einen Punkt. Und dann... Ah. Aha. Hast du denn auch was... Passiert da was, wenn ich weiter drauf rumhaue? Nö. Hier ist irgendwie gar nichts passiert. Aber ist auch... Mir ist auch eigentlich gar kein Baum. Wie meinst du? Siehst du nicht? Ich kann nicht draufhauen. Ich glaub, du musst dich ducken. Ahja. Hm. Achso, ich hab... Nein, warte. Ich hab Firewood im Inventar. Ahja, okay. Wenn du das dann hinwirfst, kann man dann irgendwas damit machen? Kannst du wieder aufnehmen. Aber Firewood ist das dann was anderes als... Nö. Wie war das denn? Damit konnte man doch jetzt irgendwas... Mach doch wahrscheinlich keine Nägel oder sowas. Hab ich denn jetzt? Hm. Toll. Das Firewood ist weg. Äh. Du hast recht. Wieso bin ich denn schon wieder an der Schwelle des Todes? Was soll das denn? Ich war es nicht. Wahrscheinlich hab ich wieder einen... Man weiß es nicht warum. Ah, Doppelklick auf... Im Inventar Doppelklick auf das Holz, dann kann man wohl irgendwas tun. Bei mir sagt er aber, ich brauch einen Hammer. Achso. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist hier. Hier da, Holz. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt auch da ist. Ah. Ah. Gucke mal. So, hier wollen wir jetzt unsere Base bauen. Mitten auf der Straße. Zack. Einschlag. Und dann steht's. Warte. Ich bring dir das Holz. Zack. Ah, die snappen nicht zusammen. Hm. Das ist... Auf jeden Fall schon gleich lackiert. Das ist sehr praktisch. Und wie mach ich eine Wand? Ich kann irgendwie nur Bodendinger machen. Hm. Hm. Oh, jetzt ist es weg. Ah ja, ne. Ah, jetzt snappt es auch dran. Ah, okay. So. Total schön. Es ist, äh, auf jeden Fall Kunst. Hast du noch ein Stück? Hier ist da nicht was. Kann man eigentlich Büsche auch... Ach ne, das ist gar kein Busch. Hm. Ich guck grad, ob man das irgendwie drehen kann. Nö. Hm. Oh. Oh. Was hast du gefunden? Ach so, ne. Ich dachte es war ein Busch und dann war es doch aber ein, ähm, ein Baum. Ich hab leider keine Ahnung, wie man Bretter damit jetzt macht. Ich kann nur diese... Oh. Hm? Wenn man sich einmal entschieden hat, äh, zu bauen, dann, äh, muss man auch bauen. Ja, so ist das. Und ich hab meinen Hammer irgendwie verloren, ne? Der liegt hier, ja. Nehme ich den mal auf. Tja, also wir stellen fest, das Sinnvollste, was man mit Holz machen kann, ist das Verbrennen. Hm. Huuu. Hm.. Hm. Hm. Tja, dann haben wir jetzt erstmal Brennenholz. Ich weiß es nicht, was macht man denn damit jetzt? Ich meine, die anderen haben ja auch irgendwie Bretter gemacht. Ganz offensichtlich. Und du kannst damit nur diese Foundations machen. Need Hammer. Was ich noch nicht ausprobiert habe. Ich bin irgendwie... Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Ja? Eine Wand. Oh, eine Wand. Wie hast du das gemacht? Ich stand auf der Foundation und dann konnte ich eine Wand bauen. Ah, okay. Hast du noch ein Hölzchen? Ich habe noch... Ja, zwei noch. Ähm. Mal da und... Mal da. Was war das denn gerade? Nee, das ist... Mal zumachen hier! So. Und hast... Komisch, dass man da von den Stämmen am Boden nichts mehr abschlagen kann. Äh, du hast ja jetzt auch reichlich dann. Oh, sogar eine Foundation obendrauf kann ich bauen und eine Treppe. Das ist ja... Möchtest du gerne ein eigenes Zimmer oder wollen wir uns ein Schlafzimmer teilen? Ich würde mir gerne eins teilen, bitte. Ah, okay. Wird mit eingeplant. Angst im Dunkeln. Ich weiß allerdings nicht, wie man eine Tür macht. Da brauchen wir wahrscheinlich eine Säge für oder so. Ich habe ja schon wieder ein Funkgerät. Achso, nee. Das habe ich ja noch nicht weggegeben. Das ist sehr... Sag mal, was für Munition frisst deine Seiger? Wahrscheinlich Seiger-Munition, ne? Genau. Nimm die auch 7,6 wo? Die habe ich auch, aber ich glaube... Weiß ich nicht. Geht nicht. Okay. Hast du noch Holz? Holz, 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 Holz? Ja, ja, ja. Das sieht aus, wenn du das hindroppst. Wie das aussieht. Ausgekotelt. Ich würde mal gar nicht wieder auf was schießen. Irgendwie. Aber nur. Ich will Blut sehen. Gut. Oh, wir sind alleine, aber... Der dritte ist weg. Ach, schade. Das war so ein williges Opfer. So, ja, das sieht doch schon ganz hübsch aus hier. Mir ist übrigens kalt. Echt? Müssen bald wieder mal ein Feuer machen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Wo bleibt mein Baumaterial? Egal. Ich komme, ich komme. Ich eile, ich fliege. Hm. Ah, oh. Vor die Füße gelegt. Das ist aber nett. Ja, ja. Das ist Service. Ich hoffe, dann braucht man immer nur spawnen, irgendwann mal. Das müssen wir bald sehr weit laufen. Ne. Ach. Hm. Snap doch da mal dran, bitte. Ne. Eben konnte ich noch eine Treppe bauen. Ah, okay. Das geht jetzt nicht mehr. Und da kann ich auch nichts hin machen. Ah, verdammt. Ist das hier nach Winkel oder wie? Ja, das ist irgendwie ganz eigenartig. Wir können hier gerne mal tauschen, wenn du möchtest. Ja, ach. Dann siehst du das. Dann ist das wahrscheinlich den Zuschauern aber langweilig. Wenn die dich nur beim Hacken sehen. Das gehört auch dazu. Das ist Teil des Spiels. Um einen richtig realistischen Eindruck zu vermitteln. Stimmt. Warum kann ich jetzt diese Bäume nicht mehr umhauen? Ich kann vor allen Dingen hier nichts Sinnvolles bauen mehr. Sogar schon ein Dach eingebaut. Oh, sehr gut. Hm. Unser erstes Eigenheim. Ja. Ist aber scheiße geworden. Es schneit rein. Ja. Ich kann da kein Dach draufsetzen, weil die Grundplatten hier irgendwie nicht zusammen gesnappt sind. Ist total schnarchig. So, ich baue das jetzt hier hin. Bam. So. Und das alles aus allem Holzscheit. Jawohl. Pass auf. Guck mal, da machen wir uns doch hier mal richtig schön muckelig. Das ist Feuer noch unten. Kannst du von außen eine Treppe aufs Dach machen? Hab ich versucht. Geht irgendwie nicht. Schade. Lag da nicht noch Fleisch irgendwo rum? Ah, da. Ich hab mal einen Schnitzel auf den Grill geworfen. Hm, irgendwie ist der Holzscheit im Boden verschwunden. Der, ähm, vom Lagerfeuer? Ja. Nö, mir liegt der hier noch. Achso, okay. Ich hab dir da einen Schnitzel hingelegt, falls du Hunger hast. Achso, danke. Hm, ein bisschen Durst hab ich wieder. Brauchst du noch Wasser oder hast du? Äh, nee, ich hab nichts mehr. Aber es hat Dachzeit. Da, da, da. Achso. Ja, ja. Oder so. Dankeschön. So. Ah. Gleich wieder Körpertemperatur. Ja, 36,6 Grad hab ich. Ja, ich auch. Muckelig. Willst du das Schnitzel nicht haben? Ich, ich, äh, im Moment bin ich grad nicht hungrig. Ich hab stundenlang in der Küche gestanden. Ich, ich kann's ja morgen kalt aufs Brot essen. Ja, na gut. Na gut. Ah, hier, das Holz, das lassen wir hier aber nicht liegen. Ich hab voll Ressourcen. Dafür hab ich stundenlang im Wald gehackt. Ja. So, und was machen wir jetzt? Wo wir so Geschick gekraftet haben? Runter? Ja, die Straße irgendwie. Da oben war zwar was, aber ich glaub, das, weiß nicht genau. Ich glaub, da kommen wir hier aus der Richtung. Ach, du rennst ja. Ja, voll motiviert. Voll motiviert. Immer die Straße runter. Ah, die Schule war echt geil. Ja. Viel Munition. Ach ja. Wölfchens. Ja, das wär mal gut. Oder ein Bär oder so. Ein Bären, ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss so eine Saiga-Dings hat. Ja, das wirst du ja bald rausfinden. Bist du hinter mir? Ja, ja. Ich komm nicht mehr hinterher, aber... Bist du schwach? Hast wohl kein Anabolika geschluckt? Nee. Hätte ich das mal gemacht, wie meine Mutter immer gesagt hat. Ja. Kind, vergiss deine Anabolika nicht. Was liegen da raus? Willst du doch groß und schnell werden. Lauf, Bursche, lauf. Sag mal wieder zurück. Ich werde auch nicht. Weiß auch nicht. Wir könnten... Da ist... Warte mal, warte mal. Wir könnten in die Verlängerung der Stromleitung gehen. Da, wo dieser umgeknickt ist. Vielleicht gehst du da noch weiter. Okay. So. Oder ein Bär. Oder ein Bär. Prime Evil heißt das andere Dinosaurier-Spiel. Hattest du das nicht auch mal angezockt? Ja. Ja, irgendwie so drei, vier Folgen oder so. Das war nicht so... Oh, Kartenwechsel. Ich hab mich schon gewundert, du bist plötzlich im Wald verschwunden. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Hm. Sieht nicht gut aus. Nee. Specht. Vogel, aber keine neue Karte. Das soll jetzt nicht wahr sein. Das ist jetzt bei jedem Map-Wechsel. Alt F4 geht da, ist der Map-Wechsel übrigens. Scheiße. Ja, dann starte ich mal neu. Na, ist ja nur, ist ja Early Access, ne? Da kann man ja nix sagen. Das weiß man ja. Early Access. Early Access. TB Games. Survival. Post-Apo clips. Ja, hallo und herzlich willkommen. Oh, weißt du, was lustig ist? Ich finde es immer nicht mehr. Achso. Wie findest du es immer nicht mehr? Der 25er hat man ja. Ist nicht mehr da. Oh. Dann nehmen wir den 73er. Oder wollen wir auf einen, wo neun Leute sind. Achso. Das könnte natürlich... Ja, warum nicht? Aber komm, dann geben wir uns das mal. Welche Seite? Noch Atamaninio. Ja. Den ersten habe ich jetzt genommen, ne? Ja, genau, genau. Oh, spannend. Spannend. Die Map ist so riesig. Wahrscheinlich finden wir die eh nicht. Wo bist du? Hier. Bist du da? Ich bin am Ende von der Stromleitung. Also an dem letzten Mast. Ich auch. Hä? Den umgeknickten Mast bin ich. Nicht der umgeknickte, dem... Ah, warte mal. Lauf ich aber zu dir. Ich höre Hunde. Ich höre Schüsse. Ja, okay. Dann sind wir zumindest in derselben Gegend. Noch ein Schuss? Noch ein Schuss? Kommt das von dir? Nee. Aber du kommst gerade auf mich zugelaufen, hoffe ich. Das ist aus der anderen Richtung kamen die Schüsse. Oh, ist das aufregend. Wollen wir hingehen und gucken? Ja, klar. Vor uns, oder? Ja. Moment. Ich höre. Oh, oh, oh! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020